ronni du machst einleitung komm ronni du machst einleitung nein doch damit haben wir das eingeleitet damit haben wir es stimmt das könnte eigentlich so eine einleitung dann morgen warum ist revolution zocken heute ja ja wir schauen mal sich das heute zum ersten mal blind ist aber so letztes mal hat das mit einem augen gespielt heute habe ich schon für ein besuchen und habe keine zwei augen auf allen dingen was ist das für eine map alter wieso gleich bei mir nimm mal den gelben piss oder wie springt der noch mal shift also wenn im rückt hast du shift und die feiltaste wer ist ein gelb du warum ignorierst du den blauen da vor dir ich verstehe das spiel jetzt nicht ganz so keine ahne was er macht ich wollte mich mit zeilen in sicherheit bringen jetzt bin ich dran ort was muss ich jetzt machen einfach mal irgendwie in die leiter oder schießen ronni wie kann ich jetzt hier eine waffe nehmen rechtsklick was kommt man rauskommt ich brauche noch was du hast doch erst das tutorial gemacht ne da hatte ich auch nicht das rechtsklick so ein scheiß das war das problem fünf bier und tutorials passen einfach nicht zusammen hm was nehmen wir da oh leid was was das denn und damit nutze das wasser mit du hättest ihn locker ins wasser kicken können ja du kannst die von der klippe schmeißen so welcher ist denn jetzt überhaupt mein aktueller form ach der da unten hm mach weiter das ist schon schön wenn man unfähig ist mit diesem spiel zu spielen so einer muss ja hier mal ein forum vorlegen wenn ihr einen nuppen uns schon nicht hinkriegt so ähm kacko ist der wiesboschläger bin ich blind oder haben wir noch gar keinen? wir haben keinen ja ok dann hau ronnie weg die ratte das nervt sich weit so der ist jetzt tot oder wie? der ist jetzt tot du kannst die auch ins wasser also außerhalb der karte probieren alles machen was du willst was soll ich denn das wissen? das spiel hat mir keiner erklärt ach ja ich raste aus ach das wird so doof jetzt wird das mal jeder jeden von der klippe schmeißen los spring nochmal nice one nice one du könntest wenigstens dem publikum sagen was du grad drin hattest ronnie das wäre dem publikum nur zu fair genau ich glaube telekinese oder ich weiß es nicht ok und jetzt? du kannst wenn du am seil hängst dynamit fallen lassen oder granaten oder so n scheiß oder minen also ich glaube ronnie hat grad vor dir ne dynamitstange auf dem kopf zu sitzen pfff mach doch da eh nicht oh ne wahrscheinlich ronnie das wird knapp das wird zurück ah bist du ratte alter aber er hat sich selber ordentlich noch was abgekriegt ja komm hier jubo jetzt mach ich euch doch kaputt alter ich mach euch doch kaputt ich habe eine bananenbombe bekommen die ist okay die bananenbombe ist besser ja 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 was ist denn hier los heilschaden was habe ich heilschaden du darfst doch nicht von so weit oben deswegen darf ich jetzt nicht mehr weitermachen oder wie ja das ist doch ein witz das spiel das nächste mal kaufst du dir sowas nicht das nächste mal weiter das ist was sie sehen was er gemacht hat war bitte räche dich ja weil er da mal nicht so unglücklich stehen würde da oben oh was ein zufall ja wenn ich denn schnapp dir doch erstmal den selector verschwinde du penner alter 87 punkte den kriegst du jetzt mit dem ding ganz gut weg nee der holt dich jetzt weg ich hab 150 punkte er muss ja einiges holen schafft er der style ist auch nicht mehr so schön wie früher es war noch nie schön doch er holt mich nicht er ist das komplette spiel mit aufgenommen wird das er und die spielzüge mit raus sind der inventar das mal wieder ungewohnt verkackt verkackt hast du es verkackt scheiße stehe ich da unten ach komm weil du es bist die musik erinnert mich irgendwie leicht dezent an starcom 2 echt falsch wie wieso ist der nicht down von von der dynamitschnacke kriegst du nicht genug für die wird die musik erinnert mich nicht mehr oh ja komm gib dem vorhin noch mehr der schon genug kisten gesammelt hätte hier alte gigalappen sammelst du auch bloß ein naja ja ich sammle tote würmer eure toten würmer vor allem er kriegt immer so eine position wo er zwei kriegt ja mhm dreck spiel der nächste ist ja gar nie von dir so ronnie du bist so schlecht komm verpiss dich los komm klatsch weg dafür gibt es jetzt so einen schubs einen ganz einfachen schubs pass auf ronnie schubst dich jetzt ganz dezent einfach weg ronnie da oben steht las der worm macht jetzt seinen namen seine ehre kore wieso wie geht denn das und das hätte david vorhin schon machen können ich wusste doch ja wie ist jetzt das bist du das alter ja komm willst du die kiste jetzt runter her fallen ja na freilich ist die kiste runter her fallen naa falsch ey was alter was Ich find's so göttlich. So. Ähm. Ja. Ähm. Ja, die soll endlich kommen. Ich glaube Ronny verliert das Spiel. Ronny hat's gut. Je weniger Würmer du hast, desto besser bist du dran, weil du dich immer mit ein und demselben Wurm positionieren kannst gegen andere. Ich kenn mich nicht aus. Ja, Ronny. HP Bunkern tut er auch schon besser. Ja, mach was. Das ist aber was. Oh, ist der Wurm jetzt vergiftet. Sind das alle zwei von mir Ron? Ja. Glaub ich da liegen wieder hoch? Doch. Doch, mit einem Seil oder mit einem Teleporter. Aber wenn du Teleportierst... Oder ein Jetpack. Ja, Jetpack. Oder du gräbst dich ein. Ich bin viel zu weit weg. Los für dir das Werkzeug. Ja, das hole ich mir sowieso. Mit Pfeilschaden natürlich. So, jetzt muss ich wieder ein Seil nehmen oder wie? Ja. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Du kannst auch so eine Granate hochwerfen. Echt? Ich denke, du musst den Wind mit einberechnen. Ach, Quatsch. Komm in! Oh! Hahaha! Was?! Mann, das ist doch ein Verarsche, ey! Da ist doch die Kiste noch. Oh, wenn ich jetzt aufwiege jetzt ja nicht von dem bisschen Wasser. Ähm... Ach komm. Warte, was hab ich denn hier? Clusterwump. Nein! Ach, die war zu ko... Jawollah, du Penner, du! Ja, eigentlich war die für da unten gedacht, du Penner. Kacke! Ich wollt jetzt... ...schön da unten aufs Dings draufhauen. Okay. Das ist doch mal passend hierfür. Oh ja! Das ist ja eh mal! Interessiert mich doch nicht, Alter! Das ist ja böse. Komme ich denn hier hoch? Muss ich mir... ...teleportieren oder... Das ist alles in der Dings drinne, ja? Ja, alles in der Liste. Ich müsste den Scheiß an mal finden hier, Alter. Dreh der Poser. Aber danach kannst du dich nicht bewegen, also überleg dir das gut. Ach so! Nur teleportieren und dann müsste... Also ich kann ja keine Aktion mehr machen, ne? Ne. Ja, fuck! Ja, fuck! Gleich hättest du lieber den, der mehr Energie hat, oder mehr. So! Und jetzt mach ich dich platt. Okay, ein Wurm steht bei dir auf der Kippe. Einer hat 12 Grad. Einer hat 12 Punkte. Ähm. Warte mal. Erstmal ein bisschen... Gott. Oh, das Wicke Baseballschläger nervt mich doch. Arg. Was denn? Bazooka. Ja, eigentlich wäre eine Bazooka am besten. Ich würde erstmal drauf halten. Doch nichts. Passiert doch nichts. Doch nichts. Passiert doch nichts. So, Punchback. Es läuft aber noch schön ab, ne? So, Punchback. Du, was ist echt... Irgendwie Roni angetan, ja? So, nein Roni ist nicht sauerhaftig... Du kriegst es an den Ohren ab. Ja, der trefft dich da eh nicht. Guck dir hier noch an. Der trefft mich genau, der Penner, Alter. Der trefft mich auch genau, Alter. Wieso machst du eigentlich so'n Scheiß mit mir, he? Let's go! Das kann ich ihn ja machen. Ach, der Finger ist das. Aha! Ah! Molotow? Ein bisschen nah, würde ich sagen. Ich weiß. Keine Angst, Ronny. Scheiße, warum komm ich nicht hoch? Was? Was? Ich muss zum Glück Gottes so mein Kopfschütteln nicht hören. Ich hab da gesagt, ein bisschen nahe. Ich bin über diese Scheiß-Büchse da nicht drüber gekommen. Ah, was soll's? Hier haben wir noch mal... ...eine Ahnung, volles Ende, ne? Ach ne, warte, warte, warte. Erst muss man hier noch... ...HP-Bunkern? Jawoll, jawoll! Ja! Ja! Es reicht! Die eine durfte es noch gebracht haben. Nein! Oh, ich bin so schlecht zum Granatenwerfen heute. Oh, ja! Das ist doof ist, der kriegt den Sack dann jetzt nämlich. Den hätte ich jetzt wirklich platt machen müssen. Auf sichere Art und Weise. Als nächstes ist es bei David Punchback. So, welchen hat denn Ronny jetzt? Braindamage, oder? Mir ne. Bunkerbombe. Ja. Ronn, tut mir doch nicht weh. Vor allem, wie schlecht der Typ ist, wie schlecht der Typ ist. Eine klare Taktik. Erstmal alle auf einen, ohne den Sieg unter sich ausmachen. Das habe ich nur gebraucht. Hier, Clay musst du nehmen. Was muss ich nehmen? Clay, rechts. Einmal schön mit der Panzerfaust unter ihnen hinziehen. Bazooka. Ja. Und denn? Unterhalb von Clay hinziehen, dann müsst ihr eigentlich ins Wasser plumpsen. Ach, du meinst den da hinten? Unterhalb, ja? Ja. Was? 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 Der war richtig heiß. Das ist auch schön, wie dein Wurm eben grinst. Ey, kacke. Aber man muss echt sagen, ich spiele wirklich zum ersten Mal, ja? Also ey. War nicht die alten Teile gezockt? Doch eins, aber das war leichter, finde ich. So. Die andere Kiste wolltest du wohl nicht? Nee, war mir jetzt doch zu. Der hat noch gebetet, dass du es nicht machst. Boring! 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 Der war nice! Boring! So, wie hat die jetzt denn die erste Runde Wurm's gefallen? Beschissen! Das Spiel ist scheiße! Und damit benden wir jetzt auch die Aufnahme. Tschüss! Nein, natürlich könnt ihr weiter gucken. So, wie ist das für dich? Ach kacke. Ach, hast du dir mal herruft, ne? Ich habe einen Baseballschläger und ich hätte schon einen von den Typen da weggebumst, ey. Was machen wir denn da? Ich habe auch ein super Schaf. Na dann, navigier es raus. Nee, 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 nee. Kommen wir aber gleich zu den klassischen Sachen hier. Du hast so viel Schaden, dass er trotzdem nicht genommen hat. Ja, aber es reicht erstmal. Es sind 51. Das ist jetzt eigentlich nur noch mal ordentlich getroffen. Mit einer Cluster oder so und dann ist er weg. Der 185er Pisser da macht mir eher Gedanken. Alles Gute. Ich bin gut aufgestellt. Ich habe unten drei und oben noch zwei. Oh, jetzt kommt wieder die absolute Bunker-Taktik hier. Oh, weil wie gut das Steam-Map nur 15 Minuten geht, was Pony? Ah nee, dann kommt er erstmal Sundance-Map. Was für ein Typ ey. Ah, warte mal. Aufgestellt aufs Was hat der viel gebracht Pony, oder? Hm. Ah, jetzt bunkert er, jetzt ist er schon bei... 210, oder? 200 müsste es... Ne, 280, also müsste es über 210 sein. Das Gute ist, Zeiko mache ich jetzt alle. Also muss ich mich nur noch mit dem einen Wurm rummachen. Was denn? Was ist das? Hm. Hm, okay. Okay, das Huhn quarkt, Alter. Ja, Roni, wohl auch keinen Schaden gemacht. Da sind ja ein paar Sachen bei, keine Ahnung. So, jetzt machen wir schon mal ein Wurm das Licht aus. Aber jetzt hat Roni eigentlich sogar noch einfacher, weil er sich jetzt frei bewegen kann und immer denselben Wurm steuert, weißt du? So. Ja. Ja. Für alle Jungs, ähm, ich hab's selbst noch nie gezockt. Also guck dir zu und den Götter gucken und ich bin raus. Ganz einfach. Ja, Roni, mach mal Schaden, Schaden, Schaden. Das ist der Jetpack immer? Nein. Nein. Das verbraucht sich. Hm. Ja, mal schauen, was passiert. Hä? Was war das jetzt? Ich hab dein Teleport-Shirt geklaut. Hm. Okay. Ah, verdammt. Ach, machen wir jetzt hier nicht so lange, als ich hier schnacke. So, versuchen wir mal einen sicheren Kill, ne? Ob ich jetzt noch meine ganzen Wörme jetzt hier mitnehme? Nein, meiner fliegt weit weg und deiner bleibt da klatschen. Na, deiner hat mich abgeblockt. Aber gut, du bist schon auf 133 runter. Yes, sir. Trau dir, ihr wettt noch. Was ist das? Telefonierst, siehst du doch. Ne, oder? Herze. Okay. So eine Scheiße, ey. Mann, lässt sich das beschissen steuern, ne? Ja, Lars, das ist ja eigentlich so, wie wir wollen. Jetzt hat er sich selbst geschwächt. Ah, ich komm nicht drauf klar, ist egal. Ähm. Ach, ich komm mit dem Schaft da nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Na ja, ich kann's mal versuchen. Doch, ich bin ein bisschen lieb. Wie dämlich. Wie dämlich? Scharf, alter. Super scharf. Nicht irgendeins, das war alles super scharf. Ja, im Endeffekt könnte Ronny jetzt einen Ehrenvollen Kamikaze machen und uns hier fünf Minuten Krieg ersparen. Ronny, machst du einen Ehrenvollen Kamikaze? So, wie wir ihn kennen. Du wißt, ich hab noch ein super Schaf, ja, er ist so. Pass auf, er wird sich killen, aber er wird sich mitnehmen. Oh, das weiß ich nicht, ob das gereicht hat. Nee. Oh, da war Schwein gehabt, ich hab kein Dings mehr. Schwein gehabt. Nee, warte, ah hier. Guck mal. Spül mal, dich hinfort. Spül mal, dich hinfort. Natürlich nix anderes mehr. Ronny hat die Welt gequittet. Hä? Warte nach anderen Spielern. War ich auch, was? Hat ja ewig hier drauf. Okay. Was war denn das für John Ronny? Telekinese sollte das sein, aber... Naja. Werden die wollen, da so Mr. Selector's erster, jawoll. Ja, und den Rest müsst ihr euch nicht angucken, Jungs. Ihr habt gesehen, dass ich gewonnen habe. Und, äh, ich sag mal, Schuss, ich, va? Ja, ja. Ja, ja, komm. Das war der erste Versuch von Wurms. Das war der erste Versuch von Wurms. Vielen Dank.